Die hatten wir doch auch schon mal heute, oder? Und damit hallo und herzlich willkommen zu deiner neuen Folge. Weiß ich nicht. Auf alle Fälle geht das Spiel gerade wieder in die Richtung, dass wir gleich was anderes machen. Du hast immer noch nicht das System verstanden, Cyborg. Ja, deinstallieren, wenn es nicht mehr geht. Nein, gewinnen, bevor wir aufhören. Gewinnen, gewinnen. Dafür muss Blizzard das Spiel erst mal patchen. Erstmal einen Monat kostenlosen Urlaub und regt sich dann noch über irgendetwas anderes auf. Wir sind so ein schlimmes arbeitendes Volk, ich habe immer frei den ganzen Monat. Sagt dann wir Studenten, ja? Wollt ich gerade sagen, sagt der Student, der eigentlich so gut wie immer frei hat und entscheiden kann, wann er was... Ich glaube, du hast diesen Sommer mehr frei als ich, Cyborg. Dafür hast du danach mehr frei, hundertprozentig. Du musst ja nicht mal zur Vorlesung hingehen, das ist ja alles bundesfreiwillig. Ja, dann schaffst du nur leider dein Studium nicht, ne? Ja, dann mach dir nichts, aber du musst da nicht hingehen. Du machst ja alles freiwillig. Klar, du musst doch nicht zur Arbeit gehen, Cyborg. Das ist ein Pro. Da krieg ich aber auch kein Geld. Ja, ich krieg übrigens auch kein Geld. Doch. Kriegst du nicht... Nein, krieg ich nicht, immer noch nicht, Cyborg. Dieses System hatten wir auch schon häufiger. Weiß ich nicht. Das ist einfach affenheiß. Ja, Klaus im Zwerg hat Gas. Das ist auch sinnvoll. Wollt das glaube ich jetzt auch gerade klauen. Dann hat sich den aber dagegen entschieden. Hier umarmen sie erstmal alle meine WPFs. Finde ich schön. Oh, Supply Block. Das ist alles. Los geht's. Das ist alles. Ich weiß auch nicht, was du da machst. Ach, die Wall ist zu. Ich weiß auch nicht, was du da machst. Hier steht ne random Drohne von dir rum, ne? Also... Was legt an? Ja, die sollte eigentlich hier gerade das Grüns hier bauen. Kann man die Wall aufmachen jetzt? Und dann kommt das Grüns. Dann kommt das Grüns für Marines. Dankeschön. Dann kommt das Grüns für Marines. Du... Ach du... Nee! 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 Mein Gott, wann ist dieses Ding denn endlich mal fertig? Das kann doch nicht so lange dauern. Kann ich dir verraten, wenn du es nicht mehr brauchst. Ich glaube, das brauche ich ziemlich dringend. Das ist nämlich meine Echse. Ich glaube, das brauche ich das ganze Spiel über ziemlich dringend. Ja, ich nehme meine Drittel jetzt. Aje! Aje, stupid! Du hast genug Energie, der Ball ist doch voll! Du den, ey! Warum steht eigentlich hier ein Overlord von dir? Wo denn? Scouting! Du willst meine Base scouten? Nein, falschen Knopf gedrückt. Ach, Overlord, Schmauwollert, dann mach doch mal 15 oder so! Dann ist mal das. Man. Not enough Minerals. Genau, nach vorne creepen, ok. Aber bitte nicht nach rechts creepen, ja. das hier erforschen das war auf jeden Fall schon mal ganz schöne Starter-Kills, würde ich mal behaupten so gut wie ich in Formel 1 immer starte nee, das war Verstappen heute ist der so gestartet wie ich immer? ja, komplett stehen geblieben bei dir ist ein Doppeldropp warum? kann man nicht so viel verlieren, wie die Gegner gerade verloren haben du solltest vielleicht deine Drohnen wegziehen, vielleicht Tank siegen? Tank siegen gegen Marines im Nahkampf dann ist der Tank tot, bevor er gesieged ist, Seirok bei dir ist jetzt ein Warprison, wo die Tees ausgeladen wurden bitte Detection Morph von Seirok Seirok und deine Roaches in der Main Seirok was ist das denn schon wieder für ein Scheiß? halt dein Maul du wolltest halt leider nicht, dass deine Drohnen gerettet werden weil du mich hier komplett blockiert hast was ist das schon wieder für ein Scheißspiel? kann sie jetzt bitte mal hier einen Spore bauen warte, wo ist Schraubenschlüssel? wie kann das denn sein, warum bin ich Supply Block? und lass bitte ein bisschen deine Roaches, also so 5 deiner Roaches in deiner Mainbase, ja? dann kann ich nämlich jetzt die Base da aufgeben der geht jetzt zu der Gold, wird vermutlich jetzt dann von vorne kommen ja und dann splitte doch mal ein bisschen deine Overseer nein mann, geh doch weg du musst dich halt um die Air kümmern, ne? also ich hab halt keine Anti-Air ja, ich als Zerg natürlich ja, du musst Hydras bauen ja, ich geh jetzt ich mach jetzt Richtung Hydras nicht genug Minerals nicht genug Minerals Minerals, jetzt! get em! was war das denn? You ally have been an attack! unbedingt! er hat halt die Tee's über meinen Hellions ausgeladen das ist ja kacka das ist ja kacka die Minerals haben up and gone machen wir in die Halli's worauf soll ich fallern? baut der da sein Hydra denn hin? what the fuck? der kann ja mal sowas von gesnipet werden ach go Rix, jetzt gib doch mal Ruhe mit deiner Schwarzmalerei da na, da war zu nerdeln dieser Nerd das ist auch so ziemlich die beschissenste Position, wo man das baut kann ich kann sie auch gleich beim Gegner bauen wer fickt da weh denn? das kannst du überhaupt nicht, weil der Gegner nicht Zerg ist und ich weiß nicht, ob du schon wusst hast ich weiß nicht, ob sie schon wussten aber hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen supply block hast du Gas? vermute ich nicht, wenn du halt das brauchst ja ich bin gerade supply block, kann damit nicht viel anfangen also gebe ich dir ein bisschen was ab bist du jetzt schon wieder supply blockt? ja ich hab einmal Einheiten gebaut und dann nicht mehr nein ach ich hab einfach schon wieder kein Gas ich hab kein liberator ich hab zwei Cyclones er erklärt natürlich genau davor aus ne? Alter, wie stark sind denn Liberator gegen Cyclones? hallo, ihr solltet doch nicht alle einfach reinrennen mein Gott ich hab doch Vikings gebaut, warum sind die nicht hier? ich hab den Drop getötet das ist schön für dich ich würde jetzt gerne diesen beschissenen Liberator töten aber das wollten meine Einheiten leider nicht ich brauch mehr Gas ganz schön dringend ey, ich baue einmal Einheiten direkt für das supply block das geht mir auf die Eier jetzt ist er bei mir hier oben ja du musst doch überall mal eine Spore bauen, Sarok ja, ich hab denen doch schon einen Auftrag gegeben was ist das? warum machen die das nicht, was ich will warum sieht die hier nicht? ja, gute Frage ja, du riechst warum, du hast dir nicht den Auftrag gegeben was macht eigentlich diese Queen hier, Herok? wo denn? äh, die, glaube ich, steht defensiv bereit keine Ahnung, was die da macht, freu mir nicht hab ich aber hab ich aber ich bin nicht zufrieden mit meiner Armee, muss ich ganz ehrlich zugeben ja, ich bin nie zufrieden irgendwann das weiß ich erster Platz in Formel 1, warum nicht noch ersterer? ja, nochmal schnellste Runde fahren ja, und dann ausschweiden ich sollte nicht noch mehr Worker bauen, ich hab schon 74 ich bin gemaxed herzlichen Glückwunsch ich brauch Gas hast du einen Spire, dass du irgendwas zur Not remixen kannst? ist das alles? bestens bereitest du dich sogar auf einen greater Spire vor oh shit weg hier da ist was ich hab die Protos an mir gefunden schön, stark, geil ich hab wieder ein, ein Ding ins frei ich kann Worker bauen meine, meine es ist aber keine Base, wo ich dachte, dass es eine Base ist mein Anzeiger hat gerade gesagt Attack Move to Win ach, geht's schon bin gleich da ja, dann sind leider alle meine Einheiten tot aber ist okay eigentlich könnte Bier von da oben doch mal nach hier oben gehen ich find auch, das Bier von da oben sollte mal rüber bist du wieder beim Gegner drin? wollen wir mal jemand angreifen oder so? ja, ich greif übrigens die ganze Zeit schon an ich werfe hier eine Einheit nach der anderen weg extra ich bin gemaxed halt, ne? ja, dann mach doch was damit du kannst ja auch mal irgendwo leichte Sachen angreifen du sollst nur nicht deine gesamte Armee einfach irgendwo hinweg werfen noch mal ein bisschen mit so ein paar kleinen Trupps mal hier und da mit geburten Einheiten nein, ich werfe die Armee jetzt weg du sollst aber nicht deine Armee wegwerfen wir die Tanks auch noch ja, lauf noch mal dreimal durch am besten vielleicht der Spire ist auf dem Weg gut, dann lass ich jetzt vorne pushen also ist noch nicht fertig ist auf dem Weg durch diese Rocks, durch diese Rocks, ja du wurdest gerade komplett gescannt und dank deines Buchens wir wissen jetzt auch genau wo wir sind ja, aber wir sind schneller als die da ist er kämpf doch nicht da, Zalroth kämpf doch in meinen in meinen Tanks ich hab hier 80 Tanks gesieged du rennst einfach so weit nach vorne dass sie nichts machen bei hinten kam übrigens der andere aber er hat sich bei den Tankanzahlen leicht nach hinten verzogen wo sie scheinen zu base traden reinforcements vorne währenddessen Grog ich bin noch halb im Ei wir haben sie also den Protoss haben wir zerstört gerade scammer nochmal, falls sie die T's sind sind nicht ich glaube ich mach die reinforcements hier in der Mitte gerade kaputt die er nach vorne geschickt hat da sind die T's wo bin ich? da bin ich T's sind tot ich habe mich gefunden das ist immer gut und man sich selbst findet jetzt haben wir heute den Selbstfindungstrip abgeschlossen ich bin auch gleich wieder da noch ei ich ein bisschen nicht deine oh was hier äh Diggins ja find ich auch ja das denk ich mir auch jede Folge Alter wie ich Charon Mac hasse ne und immer trotzdem du hast das gespielt ja ich weiß man muss ja auch mal was anderes machen 114 wir haben hier fast 600 Folgen ja da muss man auch mal Mac spielen hier oben rechts in das Folge klicken ich kenn mal Blog aber nicht mal Mac hier unten vergeht hier 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 wir Vielen Dank.